Meine Damen und Herren, jeder würde doch eher seinen Partner weggeben als seinen Hund. Diesen Satz sagt er ungestraft und vor allen Dingen vor Zehntausenden von Leuten, jeder würde eher seinen Partner weggeben als seinen Hund. Und das Giole und die Zustimmung, die daraufhin einsetzt, das ist gewaltig. Also meine Damen und Herren, Sie kennen ihn. Martin Rütter ist hier. Und diesen Mann, wenn es um Hunde geht, macht diesem Mann niemand was vor. Was war, lieber Martin, die lustigste Frage, die Ihnen so in letzter Zeit auf dem Hundethema so völlig unvermittelt gestellt wurde? Also ehrlich gesagt war der lustigste Moment gar nicht eine Hundefrage, sondern inzwischen ist ja so durch die Öffentlichkeit, dass Menschen mich da draußen sehr stark erkennen. Und die wollen dann sehr unauffällig sein, wenn die sich gegenseitig hinweisen, guck mal, da ist der. Ja. Und ich war an einem Flughafen und stand in einer Schlange da bei so einem Bäcker und vor mir war ein paar, die waren sich zueinander gerichtet und haben, die Frau hat mich im Augenwinkel erkannt und wollte dem Mann jetzt sagen, da steht der Rütter. Der Mann dreht sich um. Pass auf, eben nicht. Sie stand da und hat jetzt überlegt, wie kann ich klar machen, da steht der Rütter. Und sie machte immer so. Er hat keine Reaktion, sie hinterher so. Sie hat ihn angeknurrt in der Hoffnung, er würde die Transferleisten ziehen können. Der Mann dahinter kann das wieder lösen. Und das ist natürlich ein schöner Moment. Also da kannst du auch nicht ernst bleiben, aber natürlich dreht der Mann sich irgendwann um und wir sind sofort im Hundethema. Also sofort, dann kommt auch sofort eine Frage hinten raus. Meistens ist die Frage dann eingeleitet mit dem Satz, ich habe mal eine kurze Frage. Ja, genau. Dann kannst du dir einen Liegestuhl holen, dann weißt du, jetzt geht es richtig los. Aber das ist part of the deal. Es muss doch nerven, sie anzusprechen, aber ich spreche sie mal an. So, das ist auch klar. Aber es ist eigentlich immer ganz lustig. Jetzt ist es ja so, Menschen lieben Hunde. Sind wir in der Annahme fehlgeleitet, dass Hunde auch uns lieben? Überhaupt nicht fehlgeleitet. Nein. Denn das ist für mich gerade die große Faszination. Der Hund ist das einzige Tier, was in der Lage ist, eine Art Fremden als vollwertigen Sozialpartner zu sehen. Also das heißt, der Hund weiß, ich bin kein Hund, aber ich kann den gleichen Stellenwert haben. Das bedeutet, wenn er sich entscheiden muss, gehe ich mit Martin nach Hause oder mit einem anderen Hund, trifft er die Entscheidung, ich gehe mit Martin, einfach nur aufgrund dessen, dass eine starke soziale Bindung entsteht. Und das kann kein anderes Tier leisten. Also ein Affe kann das nicht, ein Delfin kann das nicht. Ein Pferd auch nicht. Ein Pferd schon erst recht nicht. Und das Faszinierende ist, dass Hunde dann in der Lage sind, eine Art Fremdsprache zu lernen. Das bedeutet, der Hund kennt uns perfekt und mimikt die bei uns fröhlich ist. Also wenn ich grinse, ist das fröhlich. Bei einem Hund bleibt das bedrohlich. Und das kann ein Hund differenzieren. Das ist eine extrem hohe, komplexe, soziale Leistung. Und das, finde ich, macht auch genau den Spaß dann aus. Ist es eine Plattitüde, wenn man sagt, es ist der beste Freund des Menschen? Ich hoffe, dass die meisten Menschen einen Menschen als besten Freund haben. Denn das ist wirklich sehr, sehr fehlgeleitet, wenn man sagt, also wir bilden ja auch Hundetrainer aus. Und dann bewerben sich so 800 Leute im Jahr und wir picken immer zwölf raus. Und ganz oft startet die Bewerbung mit, ja, von Menschen war ich immer enttäuscht, aber die Hunde, die sind es jetzt. Das geht direkt in den Schredderer, weil der ja gar nicht versteht, worum es geht. Also es geht ja erstmal darum, dass ich einen Menschen trainiere. Du kannst nicht den Hund bei mir abgeben und sagen, repariere den und bring den wieder zurück. Sondern es geht immer um Menschen. Aber ich glaube schon, dass diese Nähe schon auch Freundschaft ist. Und ich würde einen Schritt weiter gehen, das kann jemand, der keinen Hund hat, nicht verstehen. Ich würde das auch als Liebe bezeichnen. Und ich weiß, als mein erster Hund starb, dass ich extrem getrauert habe. Und das war wirklich schlimm. Also auch im Sinne von, ich konnte da, das ist vielleicht absurd für jemanden, der kein Tier hat. Eine Hundeseele geht, eine Seele, eine liebgewonnene Seele geht. Dieser Hund war 16 Jahre bei mir, vom Studentenwohnheim bis, keine Ahnung, immer dabei. Und das war dann schon sehr speziell, als man die einschläfern musste. Das heißt ja auch wie bei Ehepaaren, die sich einander immer mehr ähneln, je länger sie verheiratet sind. Auf jeden Fall. Dass auch Hunde und ihre Besitzer eine gewisse Ähnlichkeit haben. Wir haben hier zwei Bilder. Und zwar einmal haben wir, glaube ich, Mockridge, das Ehepaar. Jetzt wird es gemeint, Sie haben einen Mops. Ja. Das sieht aber sehr süß aus. Das ist was? Das ist Bertha. Bertha von Suttner. Bertha von Suttner, die große Pazifistin. Genau. Und dann haben wir aber auch ein Foto des Hundes von Jan Frodeno. Das ist ein sehr sportliches Tier, ich bin mir sicher. Ja. Sehr schön. Ich hätte mir da was laufintensiveres gedacht. So ein Windhund habe ich gedacht. Also ich, ja, nee, aber Labrador oder was ist er? Mischung, Boxer, Border Collie. Ja, also fast Labrador. Border Collie. Ja, genau. Also ich hätte bei ihm ein, also etwas schmaleres Tier erwartet. Aber sagt denn die Wahl der Rasse etwas über den Inhaber aus? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man darf jetzt nicht so platt nur an optischen Kriterien das festmachen. Und du kannst auch nicht sagen, jemand, der einen aggressiven Hund hat, der ist selber sehr aggressiv. Aber ich glaube schon, dass jeder den Hund bekommt, den er entweder verdient hat oder den er in der Phase gerade braucht. Ja. Ich bin wirklich null esoterisch drauf oder so, aber den ersten Hund, den ich hatte, Mina, ich bin vom Typ ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch. In meinem Beruf bin ich sehr entspannt und erkläre Sachen auch 30 Mal. Aber privat, ich bin sehr so, noch mal, noch mal, noch mal. Und Mina hat mich vorgeführt in meinem Beruf, jeden Tag. Ich war ein sehr phlegmatischer, gemütlicher Hund. Und ich brauchte im Unterricht nur zu zeigen, nur zu sagen, ich zeig das mal eben an meinem Hund. Das war genau der Startschuss für, das wollen wir doch mal sehen. Und ich kann dir wirklich sagen, ich saß in den ersten zwei Jahren mehrmals im Garten und hab gedacht, okay, wenn ich jetzt eine Flinte hätte, ich glaube, die wäre reif. Und was ich an diesem Hund aber gelernt habe, und ich bin sehr dankbar dafür, war Geduld. Also ich gelernt habe, im Hundetraining geht es immer um kleine Schritte. Das war für mich sehr spannend. Das heißt, Entschuldigung, also wenn du sagst, der Mann, also man sucht sich den Hund aus. Den man zu dem Zeitpunkt braucht. Genau, deshalb hast du Möps, Möps, wer hat Möps? Er wollte zwei eigentlich. Er hatte zwei. Aber Barbara wollte gerade Frau Berger eine Frage. Ja, ich wollte Frau Berger fragen, was hat sie, haben sie einen Hund gehabt? Und wenn ja, welchen würden Sie nehmen? Michael hatte einen Hund, der ihn lange begleitet hat in seiner Kindheit und Jugend, und ich hatte einen Hund. Und dann haben wir uns gefunden, der Michael und ich, und wir haben beide unsere Hunde abgegeben. Das hat nur noch Kacke. Oh ja, wir haben sie abgeben müssen, weil wir sind nach Amerika gegangen. Und das war sehr, sehr schwierig. Nicht ins Tierheim. Nein, nein, das war mir schon klar. Nein, nein, um Gottes Willen, es war ein großer Schmerz. Aber hätten Sie sich... Entschuldigung, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich meine, Sie kennen doch die Straßenhunde, die wir gerne aus Griechenland mitbringen oder aus Indien mitbringen. Und die suchen wir uns gar nicht aus, aber die suchen wir uns doch aus. Also ich meine, verstehen Sie, das ist jetzt nicht so Rasse und ich hätte mehr gedacht, das ist ein Laufhund. Das ist eine, die ich am Strand gefunden habe, die nehme ich mit nach Hause. Und dann werden wir sehen, wie wir beide zurechtkommen. Genau, das ist eine rein emotionale Geschichte und die Auswahl eines Hundes hängt ausschließlich von der Optik ab. Die Menschen gehen nicht mit Sachverstand. Gibt es denn bei Hunden Unterschiede in der Intelligenz? Definitiv. Also Mina, der erste Hund, ja, so untere 10% von kognitiver Intelligenz, muss man einfach sagen. Die beiden Hunde, die ich jetzt habe, Emma und Abby. Ja. Emma ist tatsächlich, muss man sagen, bei kognitiver Intelligenz ganz weit vorne. Die ist wahnsinnig schlau, die erkennt Sachen sofort. Abby, wirklich blöd wie ein Stück Brot. Aber. Süß. Ja, aber weißt du, ich habe mit denen ein Experiment gemacht, wir haben bei uns so eine Pendeltür am Komposthaufen. Ja. Und die Hunde laufen bei uns am Gelände viel frei rum und stupsen das morgens mit der Nase auf, gehen rein, schaufeln sich voll mit altem Zeug und kommen wieder raus. Kein Problem. Jetzt habe ich ausprobieren wollen, was passiert, wenn ich diese Schwingtür umbaue. Ich habe das Scharnier auf die andere Seite getan und quasi die Nase müsste auf der anderen Seite gestupst werden. Ja. Ach so. Abby, die wenig Schlaue, kommt morgens, läuft zu diesen Komposthaufen, dumm, 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 bumm, volles Programm gegen die Tür und du siehst, wie dieser Hund denkt, einmal ist keinmal. Dumm, dumm, bumm, volles Paket wieder da rein und dann war der dritte Gedanke, für immer geschlossen. Sie hatte keinen Plan B. Ich schwöre dir, wäre die Emma dagegen gelaufen, die hätte sich einmal geschüttelt, wäre in die Garage gelaufen, hätte einen Werkzeugkoffer geholt und hätte das ganze Ding wieder umgeklöppelt. Aber das Verrückte ist, dass der eine sehr intelligent ist und der andere wirkt sehr doof, aber im Zusammenspiel miteinander ist dieser kognitiv dumme Hund der viel schlauere. Die saßen oder lagen im Wohnzimmer, hatten beide ein Schweineohr zu kauen und die kleine Schlaue hat sehr gemütlich gefressen und die alte hat zack, zack, zack aufgefressen. Jetzt wollte sie das Schweineohr der Kleinen haben, aber sie kann keinen aggressiven Streit führen, den verliert sie. Sie weiß aber, die Kleine rastet aus, wenn bei uns Fremde im Garten sind. Die Alte geht zur Gartentür, guckt in den Garten und macht BUFF. Die Kleine guckt, ein Riesenalarm in der Bude, spuckt das Schweineohr aus. In der Zeit geht die Alte hin, nimmt das Schweineohr und jetzt kommt das Verrückte. Sie hat es nicht gefressen. Sie hat es festgehalten und gewartet, bis der kleine Terrorist zurückkam und stand da richtig so, wer hat es denn jetzt? Und das ist doch verrückt, das ist soziale Intelligenz. Das heißt, du musst also bei Hunden, genau wie bei Menschen, differenzieren zwischen kognitiver Intelligenz und sozialer Intelligenz. Und bei Hunden ist es definitiv so, die mit sozialer Intelligenz kommen viel weiter. Olaf Schubert hat Angst vor Hunden. Warum? Aber er ist trotzdem ein guter Mensch. Naja, das wird sich noch ausstellen im Laufen. Das ist für ruhige Bissensurte. Naja, wenn sowas kommt, es hat Zähne, will was eventuell und ich habe nichts zu sagen. Also dann, ja. Bist du gebissen worden oder hast du als Fußpfleger irgendwie ein schlechtes Erlebnis gehabt? Ja, mein Vater hatte einen Hund und so und das war immer, wenn ich schon geklingelt habe, dann laut, kommt auf mich zu und so. Und ja, also immer der Fluchtinstinkt wurde da bei mir früh. Und das hat sich nie geändert? Ja, mittlerweile weiß ich ja, ich bin eher weg bevor Hund und so. Also ich gehe geschickt aus dem Weg, soziale Kompetenz. Wobei Olaf mit Wildtieren sehr gut kann. Wir haben eine Sendung gemeinsam moderiert. Mit Wildtieren? Ja, oh ja, wir haben eine Sendung, mal große Abendshow gemacht, die große Tiershow und Olaf und ich haben das gemeinsam moderiert. Und seine Aufgabe war tausendmal komplexer als meine. Ich war immer auf den Hund spezialisiert und er musste zu Geparden fahren. Er musste mit einem, ich glaube Seelöwen, kleine Übungen eintrainieren und so. Also er hat schon ein Händchen für Tiere. Das ist nicht so, dass er null verstanden hat. Aber das sind ja wilde Tiere, da muss man ja keine Angst haben. Eben. Im Bühnenprogramm Nachsitzen, das ist der Name des Bühnenprogramms, geben Sie Hundebesitzern Hinweise, ich habe es schon erwähnt, wie man Hunde, wie man sie erzieht. Jetzt haben Sie ja sowohl Hunde als auch Kinder. Was ist der wesentliche Unterschied in der Erziehung von Kindern und Hunden? Also zunächst mal ist das Grundkonzept identisch. Es gibt immer ganz klar das Thema klare Regeln. Und die Regeln müssen aber verständlich sein. Das heißt, ein Kind muss die Regel irgendwo nachvollziehen können. Und innerhalb des Regelpaketes muss es auch Spielräume geben. Hunde sind sehr individuell, Kinder sind sehr individuell. Also ich habe eine Tochter, wenn du da einmal locker lässt, schaukelt die direkt am nächsten Tag am Kronleuchter. Und ich habe einen Sohn, da kannst du immer fünfe gerade sein lassen und es geht trotzdem entspannt seinen Gang. Der große Unterschied ist nur, dass wir ja bei Kindern immer die Idee haben in der Erziehung, dass die selbstständig werden. Also so geht eine Schleife, Hose zumachen, Abitur machen und dann hau ab. Das ist ja so der Weg eigentlich, in der Reihenfolge. Und beim Hund müssen wir immer darauf Sorge tragen oder immer darauf achten, dass ein Hund abhängig bleibt von uns. In der Sekunde, wo der Hund versteht, ich kann die Dinge alleine regeln, ist der ja nicht mehr gesellschaftstauglich. Der macht dann sein Ding. Und das tut mir dann immer so leid. Die Leute sagen immer, Erziehung ist so schrecklich, aber ein gut erzogener Hund hat ja das Maximum an Freiheit. Er kann ja freilaufen, wenn ich ihn rufe, er ist wieder da, kann er überall frei rumrennen. Und die Leute müssen verstehen lernen, dass Erziehung erstmal nichts Negatives ist. Jetzt kommen wir ja zu den Problemen aus dem Alltag. Da haben wir insgesamt vier, die würde ich gerne noch, oder drei. Okay, wenn ein Hund an der Leine zieht, was ich oft sehe, was ist das für ein, was will er sagen? Naja, in erster Linie hat der Hund gelernt, Hund sind sehr sozial, Hunde sind sehr sozial und die größte Form der Belohnung ist Aufmerksamkeit. Und die meisten Hunde haben gelernt, wenn ich an der Leine ziehe, habe ich das Maximum an Aufmerksamkeit. Guck mal, wenn du Leute siehst, wo der Hund nicht zieht, die telefonieren, die quatschen mit der Nachbarin, der Hund kriegt null Aufmerksamkeit. Und in der Sekunde, wo der in die Leine rappelt, nein, aus, ah, okay, sie atmet wieder, sie ist gut drauf. Das heißt, der Hund kultiviert das Ziehen an der Leine. Und deshalb ist mein banaler Ratschlag, den die Leute aber nie einhalten, wenn der Hund zieht, bleib stehen und wechsel die Richtung. Und wenn er nach vorne zieht, dann drehst du dich wieder um, gehst wieder in die andere Richtung, bleibst stehen. Spannenderweise dauert das drei, vier Richtungswechsel, dreimal stehen bleiben, dass der Hund denkt, so, was machen wir jetzt? Und wenn er jetzt Kontakt aufnimmt, dann belohne ich ihn und sage, das hast du toll gemacht. Das ist ganz banal, aber es tut keiner. Was ich morgens an der Alster beobachte, dass wahnsinnig viele Hunde, die von der Leine gelassen worden sind, kommen nicht zurück. Wenn Frauchen sagt, komm zurück, ich muss die jetzt wieder anleihen. Woran liegt das? Ja, ich frage dann immer auch die Leute, ja warum soll der denn jetzt zu dir kommen? Ja. Und dann gucken die mich an, ja, das ist ja mein Hund. Ja gut, du hast ihn gekauft, aber erstmal ist ja noch nichts an sozialer Bindung da. Und die meisten Menschen machen den Fehler, dass wenn der Hund dann angeleihnt wird, dass dann der Spaß vorbei ist. Die Hunde lernen, ich ziehe an der Leine, klack, Haken ab, lass gehen, Kapelle und weg. Und wenn ich jetzt zurückkomme und so doof bin, wirklich komme, da ist die Leine wieder dran und der Spaß ist vorbei. Und das ist der Grund, warum ich bei den Leuten immer zunächst in einem eingezäunten Gelände trainiere, Leine ab, der Hund rennt los und wenn er wiederkommt, ganz zufällig, wir stehen einfach rum, wird er angeleihnt, es gibt eine Belohnung und direkt wieder abgeleihnt, er kann wieder gehen. Sodass der lernt, naja, wenn ich bei meinen Menschen bin, passiert erstmal gar nichts dramatisch Schlimmes. Also das ist ganz profan im Grunde, dass Menschen lernen müssen, der Hund muss erstmal selber eine Bindung aufbauen. Der ist nicht, findet mich nicht gut, nur weil ich ihn gekauft habe. Wenn der Hund mich anspringt, ist es ein Ausdruck von Lebensfreude, vor allem wenn er ein fremder Hund ist. Nein, anspringen, das ist leider die bittere Erkenntnis, ist immer pöbeln. Pöbeln? Immer anpöbeln. Wir müssen nur zwischen Springen und Klettern differenzieren. Wenn ein Hund klettert, ist das Pfote für Pfote, der Kopf ist leicht seitlich gedreht, das ist eine bettelnde, eher freundliche Geste. Die meisten Hunde, die ich aber kenne, wenn ich zu Hause Besuch bekomme, die nehmen Anlauf und dann einmal BOMM rein ins Vergnügen. Und letztlich ist es nichts anderes als anpöbeln und sagen nur zur Info, all das gehört mir. Kein Hund würde das positiv kommentieren. Also bei meiner alten Hündin, wenn die angerempelt wird, da gibt es einen Satz heiße Ohren für alle anderen Hunde. Das lässt sie sich nicht bieten. Wir sagen aber, ach, was ist das, komm mal eben, dann drücke ich den. Mal mal aus, du kommst nach Hause, deine fünf Jungs kommen an und springen der erst mal an, reißen dir die Tasche weg, gucken, was hast du zu essen mitgebracht. Absurd, würde man bei einem Kind nie fördern. Bei einem Hund sagt man, oh, guck mal, wie die sich freuen. Mancher Zuschauer mag sich nun fragen, der uns zuschaut, sollte ich mir einen Hund kaufen, vielleicht der ein oder andere, plant das schon eine ganze Weile. Wie viel Zeit muss ich einplanen, wenn ich einem Hund gerecht werden muss? Sehr viel Zeit. Und das ist genau das Schlüsselthema. Gar nicht, wie groß ist mein Haus. Ich habe im Studentenwohnheim gewohnt, zwölf Quadratmeter mit einem Kumpel und einem Hund. Das war ein Geruchsproblem, keine Frage, für den Hund war das eine schwere Zeit. Aber der Hund... Der Kumpel hat gerochen, nicht der Hund. So würde ich das jetzt mal stehen lassen. Aber dieser Hund wurde so viel beschäftigt und bewegt, dass er letztlich ja zu Hause nur geschlafen hat. Also du brauchst kein großes Haus und keinen Garten, aber du brauchst Zeit. Und wenn die Menschen beide berufstätig sind und die können den Hund nicht mitnehmen, dann dürfen die keinen Hund halten. Also vier, fünf, vielleicht auch sechs Stunden ist für den Hund alleine bleiben okay. Die restliche Zeit braucht der sozialen Kontakt. Und ich habe jetzt leider letzte Woche erlebt, da hat jemand gesagt, ja ich habe dann zwei Hunde gekauft. Aber dann sind die zu zweit alleine. Denn da schließt sich der Kreis, die finden Menschen als Sozialpartner. Und wenn die Sozialpartner immer lange weg sind, dann ist das für Hunde wirklich folternd. Letzte Frage, ist eine Huta, habe ich gelernt, eine Hundetagesstätte, ist das eine Alternative? Nein, Untergang des Abendlandes. Also für 99 von 100 Hunden ist es ein wirklicher Psychoterror, morgens in eine sogenannte Hundetagesstätte zu gehen und wieder zurückgeholt zu werden. Immer fremde Rudel, immer Stresssituationen, immer Halligalli, überhaupt nicht gut für Hunde. Jeder kann mal in so eine Situation kommen, wo er sagt, oh ich muss jetzt mal zwei Tage überbrücken. Stirbt kein Hund von. Aber wenn das die Voraussetzung ist, dann bitte keinen Hund anschaffen. Und ganz wichtig, wenn man sich einen Hund anschafft, erster Weg ins Tierheim und gucken, was da Tolles ist. Die Tierheime sind voll mit Hörnern. Martin Wolkler, meine Damen und Herren. Schön, dass er da ist. Danke. Können wir noch stundenlang zuhören können. Ja. Aber das geht ja nicht. Nein. Danke. 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 Danke.